Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Siedler von Katarn mit MS Standard. Yay! Mir, eurer Lenphir und Kandamir. Yay! Ja, Kandamir ist eher von der schweigsamen Sorte, der sagt leider nichts, deswegen muss Stanti für ihn sprechen. Yay! Wie kann ich denn hier nochmal? Man konnte doch, sobald man XY-Ressourcen hatte an der Anzahl, tauschen gegen eine andere. Stimmt, ja, wie geht denn das? Handel? Stimmt, irgendwie geht das. Also mit der Bank konnte man handeln, das meine ich, genau. Ja, ja, vielleicht wenn du, ach hier, guck mal, Spielerbank kannst du hier einstellen beim Handeln, 4 zu 1 ist der Preis. Im Handelmenü. Mhm. Aber das ist alles total doof, weil das bringt mich auch nicht weiter. Ja gut, da kann die arme Bank nichts dafür. Hast du Lehm? Hm, nein, hab ich nicht, tatsächlich. Meine Taktik ist totaler Rotz. Ohne Lehm, kein Game. Ja, muss ich warten. Stannis Humor war aber auch schon mal besser, oder Leute? Ja, ich verliere schon wieder, und es kotzt mich schon wieder, ich meine, ich finde es nicht so schön. Stanti sagt immer schon, er verliert schon am Anfang des Spiels, das ist immer witzig. Ich finde das nicht lustig. Ich glaube, ich würde sagen, ich glaube, Kandamir wird gewinnen. Ja, jetzt muss ich auch noch Rohstoffe abgeben, klar. Hallo, wie bewege ich den? Ach, er ist dran. Hä, nee, ich bin doch. Sollte ich nicht den Räuber? Ach, jetzt so. Ach so, der Räuber hat gerade schon Rohstoffe bekommen? Na ja. Wieso? Warum? Was hat der denn gerade gekriegt? Der steht doch in der Wüste. Das verstehe ich nicht. Aber wenn du, ich glaube, mehr als vier Rohstoffe hast, dann musst du die Hälfte davon abgeben. Du darfst ihn jetzt versetzen, so. Okay, so. Oh, ich habe ein Erz bekommen, ich weiß aber nicht warum. Okay. Ich könnte eine Entwicklungskarte nehmen, aber ich weiß gar nicht genau, was ich... Ich würde es gerne mal ausprobieren, was ich da kriege tatsächlich. Ja, ich möchte eine Entwicklungskarte kaufen. Schauen wir mal. Monopol. Wenn du diese Karte ausspielst, wählst du einen Rohstoff. Alle Spieler müssen dir von diesem Rohstoff alle Karten geben, die sie besitzen. Na gut, gerade haben wir ja nicht so viele Karten, deswegen würde ich das jetzt erst mal lassen. Aber coole Karte. Lohnt sich eigentlich, die Entwicklungskarten, tatsächlich. Okay, ich glaube, sonst kann ich hier nichts tun. Zoll. Uh, keine Ressourcen. Also wenn man acht Ressourcen hat, acht Ressourcen muss man davon die Hälfte abgeben. Okay. Ja, stand da gerade, ne? Mensch, kann der mal aufhören mit seinen Handels angeboten. Also, jetzt ehrlich. So, hast du jetzt Lehm? Nein. Lehm ist bei mir 6 und 12. Nee, eher auch nicht. Ja, super. Dann bringt mich das überhaupt nicht weiter. Ja, ich kann gerade auch nichts bauen. Ich bin schon wieder dran. Mensch, man ist ja ständig dran. Was war das gerade? 9? Nee, 9 habe ich nicht. Mano. Glückspilze. Kann ich ja immer noch nichts bauen. Das ist ja voll doof. Warte mal, ich versuch mal. Vielleicht hat der ja Lehm bekommen. Ah, komm, kann da mir. Da, komm. Nein. Schade. Hm, was anderes habe ich nicht. Scheiße. Okay. Okay. Gerade läuft nicht gut. Oh, habe ich? Nee, ich habe nichts bekommen. Schade. Ihr habt so viele Karten, ich habe gar nichts. Das ist voll gemein. Das bringt ja auch nichts, wenn der Räuber kommt. Oh. Ja, stimmt, ne? Das ist eigentlich, ja, tatsächlich. So 7 Würfeln ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. 7 war es, ne? Ja. Toll, kriege ich überhaupt noch irgendwas? Lehm hier, Mann? Anyone? Nein? Nee, leider nicht. Würfe doch mal eine 6 oder eine 12. Das wäre ganz herzallerliebst, dann würde ich auch Lehm kriegen. Oh, warte. 1, 2, 3. Dann hole ich mir mal ein Lehm von der Bank. So. Ja. Ei, guck. Aber ich kann dich denn jetzt bauen. Na, immer noch die Gebäude anklicken. Mensch, dann die. Du bist lustig, die Gebäude anklicken. Ja, hier unten deine Figuren. Auf dem Spielbrett. Nee. Also auf dem Spielbrett selbst, ja. Na, auf dem Tisch. Ach, das ist doch Mist, was ihr macht. Ehrlich. Hä? Was? Was? Was denn? Was los? Ich hab nicht dazu gebaut. Bleib dir ja nicht zu ruhig. Muss ich da hinbauen. Na, Hafen ist doch auch nicht schlecht. Nee, ist aber eine 12. Ich brauche hier irgendwo ein Haus am Lehm. Ach. Ich kann sehen. Oh, ich hab ein Schaf. So, her mit dem Erz. Doch, Lehm hat der sogar auch. Aber kann ja nicht viel haben. Ich hab auch keins. Dann könnte ich tatsächlich einfach nochmal so eine Karte nehmen. Erfindung. Wenn du diese Karte ausspielst, bekommst du zwei Rohstoffe deiner Wahl von der Bank. Ja, das ist doch gut. Na hier, nimm doch die Karte da. Geht das nicht, weil ich schon eine gespielt hab? Oh, scheinbar. Scheinbar nicht, ja. Äh. Nimm doch. Ach man. Okay, der nicht. Ich glaube, ich muss eine Runde warten. Dann klau ich wenigstens von euch keinen. Yay. Nee. Nee. Nee, kann da mir. Das will ich nicht. Mann, habt ihr viele Ressourcen. Ja. Hm. Hast du Lehm? Nein, immer noch nicht. Ich hol mir gleich Lehm. Nein, leider nicht. Aber ich hol mir noch welches. Na, Kandamir hat ja die gleiche Plättchen hier wie ich mit der Sechs. Solange da keine Sechs gewürfelt wird, hat keiner von uns Lehm. Ach, das ist schleppend. Ja, na endlich. Sehr toll. Zweimal Lehm bekommen, weil ich zwei Häuschen da hab. Yeah. Okay. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein Schäfchen. Kann ich? Ah, ich kann beides. Ach, cool. Ja. Hättest du auch von mir haben können. Ein Schäfchen? Ja. Das wusste ich ja nicht. Ja, dann frag doch. Hm. Das ist irgendwie auch doof eigentlich. Da kriege ich ja nur ein Ding. Hm. Ich hab auch gemein. Eigentlich müsste ich da hinbauen. Warte mal. Warte mal. Da hab ich ja nur... Ah, das ist irgendwie doof. Ich hab falsch gebaut. Das ist nicht gut. Ich dachte halt, ich krieg irgendwie viel Lehm und es würde sich lohnen, hier zu bauen. Aber... Hm. Aber mach ich es trotzdem. Aber ich krieg ja kaum was. Das ist eigentlich doof. Wenn ich denn doch lieber hier hingehe, bräuchte ich noch zwei... Oh Gott. Ja, ich hab nicht gut gebaut tatsächlich. Hm. Moment. Da kann ich... Kann ich da bauen? Da müssen unsere Häuser auch jeweils zwei Straßen voneinander weg sein? Oder geht da eine? Hm. Auch zwei? Also ich glaub, wir müssen auch zwei entfernt sein, ja. Okay. Gut. Dann funktioniert das nicht. Da muss man echt so ein bisschen nachdenken, wo man hier hin will. Das ist ja hier schon völlig doof gewesen. Andererseits... Ich kann echt gut... Achso. Ich seh ja grad was anderes. Na gut. Aber wenn ich da... Oh Gott. Nee, ich hab nicht gut gebaut tatsächlich. Das war sehr doof alles. Hier könnte ich mir jetzt nochmal Erz abgreifen. Und Weizen. Aber dann hab ich den Hafen... Warte mal. Wie war das mit dem Handel beim Hafen? Jetzt muss ich... Kann bitte das Gebäude hier nochmal weg? Ist jetzt weg? Hallo? Ja, dich wollte ich angucken. Handel... Äh. Mann, ich will das Plättchen angucken. Warum geht das jetzt nicht? Hm. Okay. Kann ich nicht. Keine Ahnung, wie man handelt. Ich könnte es ja da noch hinbauen später. Okay. Dann komme ich jetzt hier erstmal in eine Siedlung. Kann ich noch eine Straße bauen? Trotzdem. Glaube ja. Hier könnte ich Erz handeln. Da leben. Okay, dann gehen wir mal da hin. Oh Gott. Sieht völlig planlos aus, was ich hier mache. Und es ist genauso planlos, Leute. Jetzt hast du natürlich kein Leben mehr, ne? Äh, eins. Aber das brauche ich dann jetzt selber. Das ist auch die einzige Rohstoffe, auf der ich überhaupt habe. Sonst habe ich gar nichts mehr. Mensch, kann da mir. Ich habe nichts. Sieht man doch. Mein Gott, der nervt. Ich werde auch mal raus. Achso, ich habe ja gerade ein Schaf bekommen. Okay. Ich habe mich nicht beschwert. Die Musik ist aber auch schön im Hintergrund, finde ich. Sollte vielleicht lauter stehen. Ich höre gar keine Musik. Echt nicht? Ich habe schöne Musik hier an. Die klingt sehr episch. So wie so in so einem Fantasy-Abenteuer-Film, wo gleich die Reise losgeht. Oder sie ist gerade schon begonnen. Mhm. Und wie so die Hobbits ziehen jetzt los. Ich bin auch schon zwei Straßen weit gekommen. Guck mal, du kriegst Ressourcen von meinem Würfel hin. Und ich kriege gar nichts. Danke. Ja, ich hatte jetzt leider nichts davon. Ich kann wirklich gar nichts machen gerade. Okay, dann nicht. Mann, ich habe auch echt kein Glück. Ich kriege echt keine einzige Ressource. Also nächstes Mal stelle ich meine Sachen dahin, wo man ständig würfelt. Das geht ja hier gar nicht. Ja, tauscht mal schön. Ja, ja. Macht ihr mal. Oh, er gibt aber auch keine Ruhe. Es ist Wahnsinn. Ja, der versucht wirklich jeden Rohstoff zu kriegen, ne? Über Tausch. Hat er sich da gerade echt eine Siedlung gemacht? Boah. Ne, sogar eine ganze Stadt. Ja, meine ich ja. Also hier. Ach, Stadt heißt es dann. Okay. Menno. Endlich. Würfel mal was Cooles. Ne 4 oder ne 6 oder... Ne. Den Räuber. Und du hast 10 Karten. Achso, bei dir ist das dann nicht, oder? Wenn du das würfelst. Doch. Weil wir haben ja keine Karten. Doch, doch. Bei mir auch, klar. Moment. Ach, das ist doch Mist. Warum denn bei mir? Oh, das war echt Pech, war. Aber ich kann es ja bei euch hinstellen. Das ist ja ganz nett. Ja, ich habe doch schon gar keine Ressourcen. Das ist doch voll gemein. Ich kriege ja schon gar nichts. Ja. Ja, natürlich aufs Leben fällt. Du weißt aber schon, dass ich dann auch mit dir kein Leben handeln kann. Joa, zu sehr ähnlich. Ja doch, ich habe dir schon Leben gegeben. Ich war die einzige, von der du hier Leben bekommen hast. Einmal. Jetzt kriegst du keins mehr. Ich habe ja nichts mehr. So. Jetzt brauche ich nur auf zwölf und dann ist mir das egal. Ja toll. Und jetzt wird natürlich die sechs gewürfelt. Das ist doch so arschig vom Spiel. Jetzt, wo der Räuber draufsteht. Was die ganze Zeit wird nie eine sechs gewürfelt. Aber jetzt. Ich kann nichts machen. Ich habe überhaupt keine einzige Ressource. Ich kann ja schon seit fünf Runden nichts tun. Ich sitze hier und klicke die ganze Zeit nur weiter. Das ist langsam ein bisschen langweilig. Warum puckt der den Räuber eigentlich immer wieder in die Wüste? Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht will er keinem beklauen. Also vielleicht ist die KI nicht gut genug, um quasi was auszuwählen. Ich weiß es nicht. Yay, ich habe Lehm. Hey, Lehm. Gebe dir ein Schaf für ein Lehm. Da ich sonst nichts habe. Hast du das jetzt? Ich habe ja geklickt eigentlich. Ach, ich muss das ja mal anklicken, da unten im Kreis. Ach, du musst das noch akzeptieren, ne? Das hat die gemacht. Boah, ist die doof. Ich meine, danke. Na, ich brauche Ressourcen. Ich habe nur Lehm. Sonst habe ich gerade gar nichts. Es wird ja nie was gewürfelt, wo ich draufstehe. So, komm jetzt. Würfelglück, Würfelglück, Würfelglück. Ja! Noch mehr Lehm. Was mache ich mit dem ganzen Leben? Damit kann ich mir leider auch nichts bauen. Okay. Ich brauche schon noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel Holz und Weizen brauche ich. Okay. Ich habe leider gar nichts. Ein Kandamir hat abgelehnt. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Na komm, Kandamir. Was? Kandamir. Ich habe so auf dich gehofft. Ne, das ist blöd. Dann kann ich nichts machen. Dann kann ich wieder nur weiterschalten. Krieg mal Punkte für die viele Kartenlehm auf der Hand. Naja. Ja, doll. Hab es jetzt los. Also die ganze Zeit beschwert sich, dass die 6 nicht kommt. Und jetzt kommt sie. Ich glaube, das Spiel hat Mitleid mit mir. Wow. Längste Handheldstraße, Kandamir. Kann man ihm den Titel wieder wegnehmen? Oh, Kackräuber. Ich wurde verschont. Warum? Ich habe doch 7 Karten. Wieso wurde ich verschont? Ach, 8 waren es. Okay. Nein. Das ist meine einzige Einnahmequelle. Ich weiß. Sorry. Aber soll ich wenigstens ein Leben bekommen? Nein, eine 6. Nein, eine 5. Habe ich nichts von. Hm. Aber wieso hast du dann ein Leben? Ach so, wo man den hinsetzt, da kriegt man die eine Ressource dann? Ich glaube ja. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah. Ja. Ja, ich versuche es nochmal mit dem Kandamir hier mit Handel. Mal gucken. Ne, will er nicht. Okay. Schade. Dann so. Die Männer nicht. Oh, du hast ja gesagt. Oh Gott. Ja. Entschuldigung. Ich habe schon weggeklickt, weil ewig nichts kam. Was war das gerade? Holz? Hm. Okay. Dann nochmal. Entschuldigung. Das wird immer so spät erst hier angezeigt, habe ich das Gefühl. So. Okay. Yay. Ich kann eine Straße bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf hat er, ne? Eins, zwei, drei, vier. Könnte einmal im Kreis bauen. Ach so, das wird nichts bringen, wenn ich da rumgehe, ne? Ach Mist. So, vielleicht. Okay. Oh, nee. Ich wurde verschont. Und wieder Wüste, ja. Komisch mit dem. Aber gut, ist ja eigentlich ganz nett, wenn der immer in der Wüste landet. Acht. Ja, ich habe eine Acht. Wir kriegen beide ein Schäfchen. Mäh. Oh, nee. Das ist süß. Toll. Na, toll. Ernsthaft. Ich will den gar nicht. Okay. Aber was brauche ich? Ich bräuchte Holz. Ja, ich muss ihn euch wieder da hinsetzen tatsächlich. Ah, das ist es. Wem man besteht, von dem klaut man diese eine Ressource. Ah, okay. Das stand ja auch gerade da unten, ja. Wollte ich schon wieder leben. Ich wollte Holz klauen und nicht leben. Äh, dieses Spiel. Nee, kann ich diesmal nicht. Schade. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Moment. Okay. Okay. Ich kann dir ein Schäfchen geben. Ja, Schafe habe ich doch schon hundert Stück. Ich habe schon eine ganze Beideherde. Na gut, so krass auch nicht, aber auf jeden Fall habe ich welche. Nein, habe ich nicht. Ich habe echt blöd gebaut. Oh, Lehm gegen Holz. Ja, kann da mir. Dankeschön. Jetzt auf einmal. Gerade wolltest du nicht. Was gibt der? Er gibt ein Holz und will ein Lehm? Mhm. Nö. Yay, ich habe ein Holz. Ich und mein Holz. Ach, Mann. Ja, und noch ein Schaf. Kann aber auch nichts machen. Ja, konnte ich gerade auch sechs Runden lang nicht oder so. Wie kann man denn hier im Hafen handeln? Wie geht das denn? Indem du dein Häuschen hast. Ach, hast du ja. Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht draufklicken auf das Plättchen. Das weiß ich auch nicht so genau. Oder vielleicht auch über das Handelssymbol. Ah, okay. Ich verstehe. Handeln im Verhältnis von drei zu eins. Drei. Wow. Hat sich voll gebessert. Ist ja viel besser als vier. Also da, wo ein Plättchen liegt, wo du erkennen kannst, wo du handeln kannst. Zum Beispiel bei dir da oben links mit dem Lehm. Es ist zwei zu eins. Und bei den Fragezeichen ist es drei zu eins. Ach so. Okay. Und das kann ich im Moment nicht, weil ich nicht drei habe von anderen Sorten. Ernsthaft. Ich bin den Räuber gar nicht. Ja. Ja, hopp. Setz dich da hin. Sollen wir irgendwie wieder Räuber sich gerade nicht umdengsen? Warum denn immer da hin? Ist ja gut, denn halt woanders hin. Ja, ich meine ja nur. Ja, warum denn da hin? Ja, ich muss ja irgendwie mehrere Leute treffen. Machst du doch auch. Also komm. Okay. Das einzige was... Ach so, ich könnte ja mal mein Glück versuchen. Ach, kann da mir. Ja. Okay. Äh, Moment. Bringt mir nix. Was war das gerade? Schafe habe ich gerade Fall geboten, ne? Mhm. Würde ich machen, kann ich nicht. Ich brauche mir alles durch. Er kann da mir. Warum denn? Na gut. Ich würde nix mit euch hier. Da nicht. Dann kann ich tatsächlich nur eine Straße, könnte ich bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Müsste ich da nicht die längste haben? Oh Gott. Ja. Ich habe die längsten. Äh, die längste. Hey. Oh, ich sehe gerade, wir sind ja schon am Ende. Gut, dann während Kandami wieder seinen Zug macht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.